Wir schneiden Konturbleche, Kopf- und Fußplatten, Knotenbleche, alles für Stahl, Stahlbau, Metallbau. Die Vorteile, wie gesagt, die Geschwindigkeit natürlich, klar. Das heißt, die Schneidzeiten werden natürlich kürzer und ich sag mal, die Genauigkeit natürlich. Das heißt, wenn die Maschine programmiert ist, die Schneidgenauigkeit ist natürlich sehr, sehr hoch. Über die Medien, beziehungsweise Google, Internet, gegoogelt, darüber haben wir es erfahren. Die kamen hierhin, haben alles vorinstalliert, softwaremäßig, waren auch zweimal in Holland, haben uns dann angeguckt. Eigentlich sehr gut. Preis-Leistung sehr gut, Qualität im Nachhinein haben wir festgestellt, sehr gut. Deswegen haben wir uns da für Zwiftgat entschieden. Wir schneiden damit Kopf- und Fußplatten für Stahlbauten, Konturbleche, Edelstähle, Aluminium, alles was so anfällt, schneiden wir damit, von dünn bis dick. Der Support-Kundendienst ist sehr, sehr gut, muss ich sagen, telefonisch, immer erreichbar, sehr gut. Auch am Platz sehr gut, loggen sich auch ein, wenn wir hier ein Problem haben, gehen mit in den Rechner rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017